So hatten sich die Marktbeschicker beim gestrigen Maimarkt in Burladingen Städten das wohl nicht vorgestellt. Denn trotz eines vielfältigen Angebots bei Dauerregen ließen sich doch nur wenige Besucher an den Ständen blicken. Die jedoch waren bester Stimmung. Mit den regionalen Köstlichkeiten konnte man sich das Wetter ja auch einfach schön trinken.